Ich will wissen, wie man sich fühlt, wenn man gerade ins WM-Halbfinale eingezogen ist. Ja, ich glaube, du merkst es schon. Du zitterst ja auch ein bisschen. War fantastisch, wirklich. Wir sehen gerade noch ein bisschen die Worte. Einfach, weil es bis zum kuriosen Ende ging. Extrem knappe Spiel. Und dann macht er bei 20 und heute einfach einen Flatta-Aufschlag ins Netz. Da sage ich, herzlichen Dank, Brasilien, und dann machen wir morgen weiter. Das ist ein Geschenk, oder? Ja, herzlichen Dank, also mehr kann man gar nicht machen für uns. Super Ende. Wolltest du nicht immer irgendwas noch machen, wenn du ins Halbfinale kommst? Ja, dann würde mich richtig freuen, dann habe ich ja. Deine Mama grüßen, oder ein Saito, oder irgendwas, was du ganz lange trainiert hast. Morgen geht die Arbeit weiter. Morgen geht es weiter.